So, hallo an alle, es ist soweit. Ich habe den Galaxy Download für euch bereitgestellt und zwar aus folgendem Grund erst jetzt, denn es wird ein neues Projekt bald geben. Mit bald meine ich am Dienstag, wenn alles so wirklich funktioniert und ja, deswegen wird es Zeit, diesen Save endlich zu veröffentlichen. Es kann ja weitestgehend noch keine Folgen mehr. Galaxy ist dementsprechend vorbei. Ich habe ja noch im Singleplayer hier alles mir so geholt, gemacht und so weiter und so fort. Ich bin, oder ich habe mich obendrauf ausgelockt, im Stream glaube ich war es noch vom letzten Mal. Ich habe meine gesamten Sachen hier in die Kiste getan, also wer sie sucht, die sind hier. Falls ihr euch einloggt, dann werdet ihr eventuell woanders spawnen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt in meinem Charakter drin steht oder nicht, bin mir da gar nicht sicher. Ich weiß nicht genau, wie es mit den Saves funktioniert, aber ich habe mal alle spielerspezifischen Daten rausgelöscht von irgendwelchen Modsachen oder so, von allen Leuten, die so mitgespielt haben, damit datenschutztechnisch da alles passt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls, wenn ihr trotz allem herkommen wollt, ich nehme an, das ist in der Sache, die Koordinaten blind ich hier gerade mal ein. Wir sind bei 26.000 und 9.600. Höhe 100 könnt ihr euch ja gerne her teleportieren, aber ich denke mal, das schafft ihr schon. Das ist dieselbe Welt. Und ja, auf der Karte sieht man es irgendwo, keine Ahnung, ich glaube man spawnt hier unten oder so. Weiß ich gar nicht. Irgendwo spawnt man und dann müsst ihr einfach dementsprechend herkommen. Das mit dementsprechend nochmal ganz kurze Abschlusspräsentation von der Sache. Ich glaube, nach dem Stream, dem letzten Stream, hatte ich kein weiteres Video mehr gemacht gehabt. Okay, cool, ich esse nochmal kurz ein Brot. Hups. Nein, so, kurz essen. Damit ich hier gleich überlebe. Das ist nochmal Survival-Mode. Wie gesagt, alles in Küppeln habe ich hier rausgetan, auch das Klo. Und ihr könnt es dann spielen. Bedenkt, dass wenn ihr es euch zieht, ich weiß nicht, ob es auf der neuesten Version von Attack of the Beat Team geht, denn wir haben auf einer älteren Version gespielt, das ist ja schon letztes Jahr gewesen. Und zwar ist das die Version 1.0.13d. Hiermit, boah mein Hals, hiermit müsste die Map auf jeden Fall funktionieren. So, ganz kurz, ja. Und daher, Karte große machen, so, hin und wieder. So, also damit funktioniert es. Ihr könnt euch die Map ziehen. Ich denke mal, viele von euch werden schon drauf gewartet haben. Denke ich mal, aber ja, es wird nicht vergessen, es kommt tatsächlich. Und alles zum neuen Projekt werde ich euch jetzt gleich im Anschluss erzählen. Einmal ganz grobe Ausführungen für einen kleinen Teaser. Das neue Projekt wird am Dienstag kommen. Also die erste Folge kommt wie am Dienstag. Und vielleicht nochmal ganz durch die Map gehen, was gibt es ja alles drauf. Das ist wirklich der neueste Stand von dem, was wir hatten. Das Haus hier oben, alles, was wir gebaut haben. Turm, Hexenhaus, hinten das kleine Zoo, den wir bauen wollten, mit Aquarium und alles Mögliche. Also, ihr werdet es noch kennen. Falls ihr das Projekt aktiv verfolgt habt, wird es auf jeden Fall was für euch sein. Ihr könnt es euch einfach ziehen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich habe eine entsprechende Plattform für uns im Hochladen. Die Map ist fast zwei Gigabyte groß. Ich habe es komprimiert und bla bla bla. Und dann ging es dementsprechend auch so mal ein bisschen kompliziert, wie wir es am besten machen. Tür habe ich offen gelassen. Ich glaube, da kann man mit dem Schlüssel rein. Äh, ja. Hexenhaus an sich, coole Sachen. Und, äh, Labor ist natürlich auch da. In Labor können wir kurz reingehen. Und dann auch in das Tropical Island. Denn da habe ich auch noch was gebaut. Vielleicht für diejenigen, die es nicht mehr mitbekommen haben. Tropical Island gibt es auch. Hier ist, wie gesagt, unser Labor. Und, ähm, auch noch übrigens von den Twitch-Subscribern habe ich ja für jeden, äh, die habe ich in dieser Web verewigt. Das heißt, ähm, falls ihr bei den Streams immer aktiv habt, mitgeschaut habt und so, ein paar Personen davon stehen hier drin. Hm, ne. Ich glaube, von ein paar fehlende Skin und so, ich weiß nicht. Aber es ist eine ordentliche Reihe. Das ist so die Hall of Fame der Leute, die mit Namens, Schild und Skin hier drin verewigt sind. Weil man konnte ganz einfach wieder diese coolen Statuen machen. Von daher war das einfach sehr naheliegend. Und jetzt werde ich hier noch abgehauen von eigentlich den Viechern. Ich mache mal kurz auf Peaceful, weil ich gerade keine Waffen habe und eigentlich auch keinen Bock auf Kloppen habe. So, äh, ihr wisst Bescheid. Ähm, das haben wir noch. Äh, Tropico, dann gehen wir gleich nochmal. Und vielleicht nochmal ganz so zur Raketenbasis. Ihr könnt auch gerne die anderen Leute besuchen. Aber jetzt mal was für euch zum Zerlegen. Für die, die es noch von damals kennen. Ja. Holt es euch, schnappt es euch und spielt es eventuell rund. Oder erkundet einfach, guckt es euch durch. Einfach mal zum Selbstbewegen. Das hat schon vielleicht so einen kleinen Faszinationsfaktor. Aber wir gehen trotzdem mal kurz zum Tropico, weil, ähm, da haben wir auch noch was Tolles gebaut gehabt für den Abschluss. Und da werde ich mich dann, denke ich mal, auch auslocken. Portal geht hoffentlich noch. Äh, Cover-Hilo muss hier rückwärts rausgehen. Da funktioniert alles noch. Bam, bam, bam. Und unser Tropico-Paradies habe ich hier oben gebaut. Das sieht, äh, so aus. Wir haben es noch dekoriert. Ich glaube, es war im letzten Livestream. Die Dino ist schon wieder drin. Das ist unerhört. So, ähm, ich möge mich nämlich mal ganz kurz. Wegen Reusband und so. Äh, ja, das war mein kleines Paradiso-Haus. Ich habe es auch, äh, ein bisschen dekoriert mit allem Möglichen. Mir hat das Kirschholz irgendwie gefallen. Deswegen, ja. Und nochmal die Stream-Zusammenfassung vom letzten Stream zu bringen oder so. Dann schöne Küche und jede Menge T-Rex-Fleisch drin, wo wir reingucken können. Plupp, plappts raus und plupp, können wir da reinlegen. Da. Alles bei den Dinos hier. Egal. Ähm, erkundet es. Schaut es euch an. Und, äh, es war eigentlich so, dass, was ich noch zu sagen wollte, sozusagen das Galaxy-Finale jetzt im ganz kurzen Überblick gewesen, äh, was wir gemacht haben. Und den Rest könnt ihr selbst erkunden. Und jetzt nochmal im Anschluss gibt es das neue große Projekt Nehmsinne nach. Galaxy Nehmsinne. Ich hoffe, das wird wieder was für euch sein. Es wird auf jeden Fall wieder cool. Und, äh, da haben sich jede Menge Leute was ganz Neues ausgedacht. Ich habe eben gerade schon das An- oder ein Info-Video dazu aufgenommen, aber mein Mikrofon wurde nicht erkannt vom offenen Programm. Deswegen muss ich es jetzt gleich nochmal selbst erneut machen. Gut, wir gehen mal hin und ich stelle euch auch im Anschluss gleich das neue Projekt vor. In diesem Sinne, tschüss Galaxy und hallo auf ein neues. So läuft es halt. Und, äh, ja. Es wird immer wieder ein neues Projekt bekommen und auch viele beendet werden. Und jetzt wieder mal so ein Zeitpunkt. Und los geht's. Okay, da werden wir auch schon, ich darf mal ganz kurz das neue Projekt erklären. Es soll so ein kleiner Teaser werden. Es startet am Dienstag, wenn's geht. Ähm, ab Montag können wir aufnehmen. Am Dienstag wird dann die erste Folge höchstwahrscheinlich kommen. Das wird sozusagen das nächste große Projekt, in Anführungszeichen, für mich zumindest, nach, ähm, Galaxy. Und das heißt, alle, die sich vorher dafür interessieren, die können das vielleicht auch interessieren, auch wenn hier kein Modpack mit drin ist. So gibt's doch einige tolle Plugin-Regelungen und coole Geschichten. Das Projekt heißt Minecraft Legend Rise of the Phoenix. Und wenn das schon Rise of the Phoenix heißt, dann kann das nicht ohne mich stattfinden. Theoretisch. Also, ich find's cool. Deswegen hab ich gesagt, ich mach dabei mit. Und ich werd euch ganz kurz das Spielprinzip erklären, wieso, weshalb, warum. Und hier sollt es auch deutlich mehr Interaktion zwischen den Spielern geben und mehr Leute aktiv sein, denn hier können auch Zuschauer mitmachen. Auch du. Und ich kann, äh, Wildcards an euch dafür verteilen. Kommen wir im späteren Verlauf. Zum Anfang erstmal noch nicht. Aber im späteren Verlauf wird's auf jeden Fall so sein. Und das ist wiederum ein Projekt, was durchaus gerne ein Jahr dauern kann. Also, es wird lang werden. Es wird lang werden und groß werden. So, ich blem mal ganz kurz den Chat aus, damit ich hier genüsslich erzählen kann. So, ähm, die sind nebenbei noch am Wickeln, am Bauen. Und eigentlich geht's noch gar nicht los. Wir haben jetzt gerade den, ähm, Freitag und Montag geht's erst los. Aber ich hab so ein kleines bisschen schon mal vorher drauf kommen können, um einen kleinen Teaser für euch aufzunehmen. So, wir sind hier gerade an der Anfangsmap sozusagen. Das ist der Baum des Ursprungs. Ein Riesenbaum, wenn ich jetzt noch kurz nach oben fliege, wo verschiedene Luftschiffe dranhängen, wo die Spieler, die an diesem Projekt teilnehmen, zu ihren Fraktionen fliegen können. Es gibt vier verschiedene Fraktionen. Es gibt die Elfen. Es gibt die Menschen. Es gibt die Zwerge. Und es gibt die Zandaren. Die Elfen wohnen in bewaldeten Gebieten mit Bäumen, leben in Baumhäusern. Die Zandaren leben unter Wasser, unter Wasserkuppeln. Die Zwerge leben in Bergen. Und die, ähm, Menschen leben sozusagen in einer normalen mittelalterlichen Welt. Jede Fraktion muss sich an die Baubedingungen ihrer Fraktion sozusagen auch halten. Das heißt, Elfen müssen immer Baumhäuser bauen. Und Menschen müssen mal mittelalterlich bauen. Zwerge müssen Mine bauen. Und Zandaren müssen Glaskuppeln bauen. So ist das nun mal. Und jeder hält sich dran. Es wird ein bisschen Roleplay geben. Im Moment machen aktuell gerade 30 YouTuber mit. Und alle anderen Leute, die auch mit dazu zählen, die auch zu den Zuschauern gehören oder jetzt nicht zwangsläufig große YouTuber sind, können auch mitmachen. Insgesamt kommen wir auf eine Zahl von 200 Leuten jetzt anfangs eigentlich schon da weisen, so wie es ist. Es wird sehr, sehr viel Interaktion geben. Dementsprechend, das wird das nächste große Ding werden. Man kann dann hier unten hochgehen, sich eine Fraktion aussuchen und mit den Schiffen dann zur entsprechenden Fraktion fliegen. Ich werde gleich auch mal selbst zu einer Fraktion fliegen. Ich habe gedacht, ich entscheide mich für die Elfen. Weil Elfen finde ich davon am praktischsten. Jede Fraktion hat eigene Buffs in ihrer eigenen Welt. Das heißt, Elfen haben zum Beispiel Federfall und Sprungkraft 2. Die können also hochspringen. Die Menschen haben Sättigung und glaube ich auch noch was anderes. Die Zwerge haben Haze, die können schneller abbauen und Nachtsicht und die Zandaren haben Unterwasseratmung und was weiß ich nicht alles. Also so themenspezifisch ist. So, und ich fand einfach Elfen, denke ich, am coolsten. So Menschen war so ein mittelalterliches Ding, das praktisch wie normal Minecraft bauen. Das war, glaube ich, nicht so spannend. Zwerge wäre auch noch eine Alternative gewesen, aber die buddeln sehr, sehr vielen Bergen rum. Zandaren unter Wasser. Ich so, ah, nicht so wirklich. Ich bin nicht so ein Unterwasser-Mensch. Ich gehe zu den Elfen. Ein bisschen grün, ein bisschen cool vor allem den Dingen. Und das erinnert schon sehr ein bisschen an Herr der Ringe. Also ich tue jetzt mal so aus, als würde ich zu den Elfen gehen. Kann ich da draufklicken? Ja, kann ich draufklicken. So, und dann lande ich hier in dieser Welt der Elfen. Der Spawn ist noch nie wirklich perfekt, oder was heißt perfekt, noch nie wirklich gut ausgebaut. Das wird noch ein bisschen geändert. Das sind noch ein paar Tage Zeit. Und dann wird das nochmal aufgepimpt. Das soll jetzt nur ganz grob den Spawn darstellen. Wie ihr sehen könnt, sind die Elfen in so einer Art Baumwelt. Ich kann mir so ein kleines bisschen rumfliegen. Das ist groß. Hier gibt es kaum Erze, kaum gar nichts. Und deswegen sind verschiedene Materialien auch extrem wertvoll. Es gibt keine Aufnahmepflicht. Das heißt, wir können hier so viel aufnehmen, wie wir wollen. Wir können streamen, so viel wir wollen. Und wir können auch offscreen machen, so viel wir wollen. Das ist eben das Besondere hier dran. Und hier werden dann ganz, ganz viele andere Leute auch noch mitsachen oder leben und bauen. Und eine Stadt um dieses Zentrum erbauen. Es gibt einige Götter, die uns Aufgaben stellen werden. Und jede Fraktion kann sich auch für einen Gott entscheiden. Zum Beispiel sagt er, bauen Marktplatz oder ähnliches. Und wenn die Aufgabe erfolgreich erfüllt wurde, gibt es dafür auch Belohnungen oder halt eben Bestrafungen. Und ja, ich dachte, die Elfen werden sowas für mich. Ich werde dann hier so ein Riesenbaum machen. Ich bin da der Elfmeister gelehrt oder so. Man kann Roleplay-Feature-mäßig vieles, vieles machen. Und das wird so auf uns zukommen. Und das wird auch wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Gut, das ist schon der zweite Teil. Es gab schon mal einen Legend vorher. Das kam soweit es gehen wohl gut an. Und ich bin nochmal gespannt und denke mal, dass dieses auch sehr gut ankommen wird. Es ist vielleicht so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ich so einen Vergleich wagen kann, so wie Leben. Man baut einfach eine Stadt, hat keine Aufnahmepflicht, aber kann was zusammenbauen. Zuschauer kommen auch mit hinzu. Und ja, also ich habe es nicht organisiert. Ich gehöre nicht zum Organisationsteil. Ich wurde einfach nur mit eingeladen und habe gedacht, hört sich gut an, mache ich auf jeden Fall mit. So. Irgendwas Wichtiges zu erzählen noch? Genau. Es gibt Events. Es gibt verschiedene Arten von Events, teilweise täglich. Dass man Event kommt, wo in Außenposten eingenommen werden kann von einer Fraktion. Da kann man sich hinporten. Es gibt PvP-Events, wo es in den Nexus geht, wo man sich battelt. Und je nachdem, wie erfolgreich man die Schlacht bestreitet, man auch Belohnungen bekommt und so weiter und so fort. Das wird auch noch erweitert. Es wird später noch Dungeons und Instanzen geben. Aber das wird dann irgendwann vielleicht im Sommer dazu kommen. Das war jetzt nur so das, was für den Anfang geplant ist. Es wird eine Farmwelt geben, sodass wir nicht hier in dieser Welt alles durchbuddeln müssen und farmen müssen. Die Farmwelt können wir erreichen, indem wir auf unserer Basis hier durch so ein großes Portal durchgehen. Das ist da vorne. Das große Wasserportal. Und da kommen wir dann dementsprechend zur Farmwelt. Hier kommen wir in die Hölle und so weiter und so fort. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es daraus wird. Ich weiß, ein paar Leute, ich glaube Skate & Bars, die wollten auch zu den Elfen. Und es wird voll. Und wenn Wildcats verteilt werden, kann es halt auch sein, dass zum Beispiel ihr mit hier drauf könnt. Ihr wollt so oft spielen und was auch immer. Keine Ahnung, baut ihr euch vielleicht ein Haus einfach mal. Keine Ahnung, baut euch ein Baumhaus und direkt neben meinem Baumhaus. Das kann alles sein. Je nachdem, also Karten kann ich, Wildcats kann ich dementsprechend verlosen und Leute mit ins Projekt reinholen. Boah, ich rede ein bisschen schnell. Am Anfang noch nicht. Ich versuche es ein bisschen kurz in der Zeit rumzukriegen. Am Anfang noch nicht. Am Anfang wird das Ganze erstmal ein bisschen einpendeln. Aber so mit der Dauer kommen dann wiederum Leute dazu. Ich hoffe, man war das ganz geil. Und ich dachte mir, ich besuche mir gerade nochmal die Zwerge. Und, ähm, ich hoffe, das geht jetzt. Sonst muss ich IP ausblenden. Ähm, TP. Äh, Quatsch. Ähm, Welzwerge. Geht das? Äh, ich weiß gar nicht genau. Egal. Ich blieb mir kurz zu den Zwergen und dann zeige ich mir kurz, wie es da aussieht. So, ähm, der Zwergespawn soll schon ein bisschen fortgeschritten dann sein. Ich hab's mal kurz zu denen geportet. Wenn ich hier kurz rausfliege, wie hübs. Ähm, sehen wir, die Zwerge wohnen halt jetzt in Bergen zum Beispiel drin. Man kann natürlich auch die anderen Fraktionen besuchen und alles möglich und so weiter und so fort. Dort hier sind die Zwergchen. Die haben halt viel Wasser und viel Berge. Müssen nicht da rumbuddeln. Und die bauen hier überall dann ihre Häuser mit rein und so weiter und so fort. Und ja, Elfen bauen Baumhäuser. Menschen bauen normale mittelalterliche Häuser und so weiter und so fort. Das wird euch immer wieder cool und geil. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich hoffe, ihr seid auch gespannt schon drauf. Wie gesagt, Dienstag geht's los mit der ersten Folge. Und dann, äh, ja, wie ist es auch schon gewesen von der kurzen Erklärung, von der Einführung. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Und dann verabschiede ich mich auch schon hier an der Stelle. Und, äh, ja, würde ich sagen, bis dahin. Lasst krachen. Und es wird mal wieder groß. Und tschüss.